Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Forell und in diesem Video möchte ich dir eine Möglichkeit zeigen, wie du bis zu 100 Euro am Tag verdienen kannst im Internet, nur durch Texte schreiben. Ich möchte dir hierfür drei Anbieter vorstellen. Der erste hier ist Textbroker und vor allem mit dem letzten Anbieter, den ich dir vorstelle, kannst du wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen. Von daher bleib auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran. Wie schaut es bei Textbroker aus? Textbroker ist eine Plattform, auf der quasi Autoren und Leute, die Autoren suchen, zusammenkommen und du quasi als Autor Texte schreiben kannst und dafür bezahlt wirst. Hier gibt es verschiedene Vergütungsmethoden, nämlich einmal abhängig davon, wie der Auftrag sich gestaltet. Das heißt, es ist ein Auftrag, der schon fest im System hinterlegt ist. Da bekommst du dann auch eine feste Vergütung, die hier eben von Textbroker festgelegt ist. Das sind hier in der schlechtesten Qualitätsstufe 0,7 Cent pro Wort, also nicht 70 Cent, sondern 0,7 Cent pro Wort und in der besten Qualitätsstufe 4 Cent pro Wort. Das heißt, diese Qualitätsanstufung ist auch immer davon abhängig, wie gut du schreiben kannst. Dann gibt es eben die zweite Möglichkeit, dass du eine Direct Order erfüllst. Das heißt, dass du eine Direktbeauftragung durch den Kunden erhältst oder eben eine Team Order, wo du in einem Team eben ein Fachgebiet bearbeitest. Dort gibt es 1,43 Cent pro Wort. Grundsätzlich kann eine Auszahlung hier ab einem Gesamtverdienst von mindestens 10 Euro erfolgen und die, wie genannte, die genannte Qualitätseinordnung macht Textbroker eben abhängig von deinen eingereichten Werken. Das heißt, die schauen sich das an und sagen dann, okay, du bist eher ein Zwei-Sterne-Autor oder eher ein Drei-Sterne- oder vielleicht sogar ein Fünf-Sterne-Autor. Genau, soviel zu Textbroker. Jetzt kommen wir zum zweiten Anbieter. Bei dem läuft das ähnlich. Es ist auch ähnlich von der Vergütung. Das können wir uns auch gerne gleich mal anschauen. Das wäre Content.de. Die sind jetzt rein optisch gesehen von der Webseite nicht ganz so schön aufgebaut, wie ich finde, wie Textbroker. Hat aber hier, wie gesagt, dieselbe Möglichkeit, dass du hier eben als Autor auftrittst und dann gewisse Texte einfach erstellen kannst nach gewissen Vorgaben. Hier ist es auch so, dass zum Beispiel Texte gesucht werden für Online-Blogs, für Webseiten, für irgendwelche E-Books zum Beispiel. Und jetzt schauen wir uns hier gleich mal die Vergütung an, wie das hier ausschaut, ob die besser oder schlechter ist als bei Textbroker. Nun, hier ist es so, dass es zum Beispiel ebenfalls wieder in Textqualität aufgeteilt ist, das heißt von Zwei-Sterne bis Fünf-Sterne. Und man kann hier auch Direct-Orders machen, also genauso wie bei Textbroker oder eben hier bei Group-Orders einen Cent pro Wort, dann 0,8 Cent pro Wort bei Open-Orders und hier auch nochmal 0,8 bei VIP-Autoren. Ansonsten je 500 Wörter pro Seite, also quasi 5 Euro. Das heißt, hier sind die Verdienstmöglichkeiten ähnlich wie bei Textbroker. Ein Zwei-Sterne-Auto, also dafür müsst ihr wirklich nicht sehr begabt sein beim Texte schreiben, könnt ihr, wie gesagt, dann auch schon gutes Geld verdienen. Das Ganze, wie gesagt, sind vorgefertigte Aufträge teilweise und von daher könnt ihr damit auch noch heute starten und Geld verdienen. Kommen wir zum dritten und damit profitabelsten Anbieter. Das wäre hier G-Writers, also Ghostwriters. Da ist es so, dass Ghostwriter vor allem dafür zuständig sind, akademische Schriften zu erstellen, aber auch ganz normale Sachen wie vorher auch schon gesehen bei Textbroker und bei Content.de. Es ist so, dass hier insgesamt schon 16.857 Kunden registriert sind bzw. was bestellt haben. Das heißt, es ist auch eine große Plattform, wo ihr viel Nachfrage nach Texten habt und ihr könnt euch hier eben als Autor, als Ghostwriter bewerben. Da ist es nicht ganz so einfach, also ihr könnt euch nicht einfach quasi registrieren und seid dann quasi Teil der Community, sondern ihr müsst euch wirklich bewerben, denn hier geht es wirklich teilweise um wirklich qualitativ hochwertige Texte. Zum Beispiel für akademische Zwecke, das heißt Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und so weiter und so fort. Es gibt hier die Möglichkeit, dass ihr als Ghostwriter auftretet, also Texte schreibt. Ihr könnt ein Lektorat machen, das heißt, ihr lest Texte, die schon geschrieben worden sind und überprüft sie auf Inhalt. Dann könnt ihr auch Texte übersetzen, wenn ihr zum Beispiel in zwei Sprachen besonders gut seid. Ihr könnt ein Korrektorat machen, das heißt, ihr überprüft den Text auf Rechtschreibfehler zum Beispiel. Eine Formatierung wäre auch möglich, das heißt, ihr formatiert den Text in eine schöne Form oder eben eine Plagiatsprüfung, wo ihr schaut, ob die Quellen, die dort angegeben sind, auch alle passen oder ob es hier wirklich noch Teile vom Text gibt, die noch nicht mit Quellen versehen sind. So, das Wichtigste. Die Preise, also die Ghostwriters hier verlangt von Leuten, die eben solche Dinge erfüllt haben möchten. Ihr bekommt dann einen Teil davon, das heißt, nicht den vollen Betrag, aber einfach mal als Einordnung, wenn wir zum Beispiel Leistung Ghostwriting nehmen, den Fachbereich, ja, nehmen wir zum Beispiel mal Wirtschaft. Es gibt ja natürlich verschiedene Fachbereiche, je nachdem, wo ihr euch auch auskennt, hängt das natürlich auch ein bisschen vom Preis ab. Und es gibt die Qualitätslevel Economy zum Beispiel als niedrigstes. Da seht ihr schon, für 20 Seiten würde man zum Beispiel, oder nehmen wir mal 10 Seiten, würdet ihr hier 800 Euro bekommen, wenn ihr 14 Tage bis zur Abgabezeit habt. Das heißt, für 10 Seiten, die ihr hier schreibt, würde Ghostwriters 800 Euro verlangen. Ihr würdet dann nicht ganz die 800 Euro bekommen, sondern nur einen Teil davon, wahrscheinlich den größten Teil auch davon und Ghostwriters bekommt dann halt eben einen kleinen Teil davon als Provision ab. So, jetzt nehmen wir einfach mal ohne Fachbezug, das ist ähnlich, also 20 Seiten, 1600 Euro. Hier mit Jura ist es ein bisschen teurer, Informatik, ähnlicher Preis. Also es hängt immer so ein bisschen von dem Fachbereich auch ab. Und da sind, wie gesagt, 14 Tage, 1700 Euro. Damit seid ihr dann auf ungefähr 100 Euro pro Tag, wenn ihr am Tag eine Seite schreiben, beziehungsweise, ja, quasi den Anteil schreiben solltet. Und jetzt schauen wir mal, Textredaktion gibt nur 700 Euro, Lektorat nur 400 Euro. Das heißt, es sind natürlich dann auch Sachen, wo ihr nicht so viel machen müsst. Lektorat einmal durchlesen, klar, ihr müsst das Ganze prüfen. Korrektorat genauso, Rechtschreibfehler und so weiter. Aber dafür gibt es halt einfach nur einen geringeren Preis, weil halt die Leistung, die ihr bringt, auch geringer ist und ihr damit auch schneller fertig seid. Übersetzung bringt wieder sehr, sehr viel Geld. Und Plagiatsprüfung relativ wenig Geld mit 47,67 Euro hier. Das Ganze aber, wie gesagt, je nachdem, was ihr halt auch gut könnt und wie ihr auch zeitlich Zeit habt, dafür ist es halt einfach eine Sache, die sich sehr, sehr lohnen kann. Und wo ihr einfach euer Talent, eure Zeit zum Schreiben eben dann auch in Geld umwandeln könnt. Und von daher ist das eine wirklich sehr, sehr schöne Methode, um da im Internet Geld zu verdienen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr seid nicht so die Schreiber oder ihr möchtet einfach generell eine andere Methode vielleicht auch noch haben, wo ihr Geld verdienen könnt, das Ganze vielleicht auch passiv. Kann ich euch nur empfehlen, schaut mal in die Videobeschreibung, das sieht dann hier so aus. Da findet ihr meinen eigenen Videokurs, den Lucky Affiliate Videokurs. Da einfach draufklicken auf den Link. Da geht es wirklich um ein Geschäftsmodell, wo ihr ein Leben lang passiv Geld verdienen könnt und richtig hohe Einnahmen generieren könnt. Das kann ich euch, wie gesagt, nur empfehlen. Schaut euch das gerne mal an. Ansonsten lasst mir gerne einen Daumen nach oben da für dieses Video. Gerne auch ein Feedback und ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Macht's gut. Ich wünsche euch alles Gute beim Geld verdienen. Euer Flo Farel. Ich wünsche euch alles Gute.